Wir sind hier in Schottland, weil Schottland so viel schöne Landschaft zu bieten hat. Bisher haben wir dieses Gelände, auf dem wir hier sein dürfen, erkundet, erforscht. Ich habe herausgefunden, wie ich Natur für mich benutzen kann. Wir sind tatsächlich auch gleich ganz nah rangegangen, also haben uns auf Details konzentriert und tasten uns jetzt ganz langsam an das große Ganze heran. Meine Fanbase wird definitiv erschüttert sein. Weil ich eigentlich jemand bin, dem man das nicht zutraut und weil einem Nacktshooting vielleicht auch erst mal etwas Anrüchiges nachgesagt wird. Was es definitiv nicht ist. Ein bisschen. Ich bin super aufgeregt, bevor das Heft rauskommt, aber ich habe ganz viel Vertrauen in unser tolles Team und auch in unseren Fotografen. Insofern mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Ich bin super aufgeregt, bevor das Heft rauskommt.